Machayel. Machayel ist ein Engel, der belebend wirkt. Machayel wird manchmal übersetzt als Engel der belebenden Kraft. Machayel steht für die Stärke der Seele, des Geistes und des Körpers. Machayel steht für die Lichtkraft des Göttlichen, die Körper und Psyche beseelt. Machayel steht für die Kraft, die man spürt, wenn man sich einer Aufgabe stellt. Machayel hilft, jede Hürde zu nehmen, jede Aufgabe zu bewältigen. Machayel ist die innere Ermutigung, die man bekommt, wenn man neue Taten angehen soll.